Augur in 60 Sekunden. Augur ist eine Prediction-Market-Plattform, der Augur-Token ist ein Utility-Token, der einen Teil dieser Funktionalität überhaupt erst ermöglicht. Die übliche Abkürzung für den Augur-Token ist REP, das steht für Reputation, und Augur gibt es seit dem Jahr 2015. Was ist das Besondere an Augur? Augur möchte die Vorhersage von Ereignissen ermöglichen. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass, wenn man sehr viele Menschen nach einer Vorhersage fragt, die durchschnittliche Antwort besser ist als die Antwort eines einzelnen Experten. Damit man auf solche Vorhersagen aber auch Wetten abschließen kann, muss man die Verifikation der Vorhersage absichern. Also man muss sicherstellen, dass jemand wahrheitsgemäß berichtet, ob diese Vorhersage eingetroffen ist oder nicht. Und hier kommt der REP-Token ins Spiel. Wer eine Vorhersage verifizieren will, muss den REP-Token als Sicherheit einsetzen und verliert diesen, falls seine Angabe der Mehrheit widerspricht. Die technischen Daten beziehen sich jetzt auch auf diesen Token. Von REP gibt es insgesamt 11 Millionen Stück. Da dieser Token auf die Ethereum-Blockchain basiert, sind Blockzeit und Hashing-Algorithmus identisch zum Ethereum-Netzwerk. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war Augur in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr Augur als System findet. Ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit der Art, wie hier Wahrheit definiert wird. Da bin ich einfach mal sehr gespannt, was ihr dazu unten in die Kommentare schreibt. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao. Ciao.